Wo sind die Schwarzmärkte? Da muss ich auf die Möp schauen, hier meinen, der gehört mal was schon. Der gehört mal auch, der gehört mal auch, hier gehört mal nicht schon alles. Das gehört man nur nicht, das gehört man nur nicht. Oh, wir werden diesen Posten einnehmen, diesen Posten voller Posten, probiere gleich mit dir. Taxi! So steigt man ein heutzutage in Autos. Ich weiß nicht, was diese Dinger da sind überall. Alter. Da kommen ja nie mal diese Pfosten da raus, aber das ist so und so. Was? Wie sind die jetzt down gegangen? Ha! Wie sind die jetzt down gegangen? Geht schon so viel Damage oder was? Ich glaube, der kommt ja unendlich raus. Gut, dass ich da eh nicht hin muss. Wie soll denn da raufkommen? Jetzt können wir die Geisen schnell befreien hier. Bomben macht's in der Hütte. Ey, die Sniper gehen mal sowas von am Piesel da oben. So, ich muss da rauf. Jetzt ist die Frage, wie kommen die da rauf? Gebt mir doch nicht mal einen Sack da. Die Legion ist ein bisschen angepisst grad. Hier bin ich schon mal. Ich sehe nix. Hier ist so viel Gemüse. Ich sehe nix. Wie da unten ist es für'n Arsch hier. Bis da rauf. Ja, der geht doch da rauf, du behindertes Kind. Am Arsch, ey. Der Arschwichser da nicht rauf, ey. Mit ihm ist das Krabbeln schwierig, ey. Der ist zu blöd dazu. Das geht nix, ey. Muss ich ihn nehmen. Auf dieses Drecksgebäude da. Mehr! 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 Da rauf? Nee, da kommst du nicht rauf. Ist unmöglich. Geht nix. Da kommst du nicht rauf. Keine Ahnung. Ich würde sich das vorstellen, aber da geht's nicht rauf. Ah, da schleich die doch mal da unten, du Pisser. Du lästig. Immer so penetrant sein. Geht nix. Geht nix. Geht nix. Geht nix. Verarsch. Äh, wie soll man denn da rauf kommen? Das Nachbarsgebäude vielleicht. Alter, dieser... Junge, ich geh jetzt rüber und haut dir so die Fresse hin. Sniper gehen wir so am Piss grad. Geht nix aufs Maul. Das hat der für ne scheiß Waffe. Das ist doch nicht normal. Hallo, ich kann nix machen. So, jetzt ist der Wichser weg. Na endlich. Geht nix. Geht nix. Aber mein... Wir müssen diese blöden Sniper loswerden. Das geht's uns nicht. Die nerven einfach rum hier. Die behinderten Kinder. Die sind einfach nicht normal. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. So fetter. Oh, jetzt bist du da unten. Jetzt geht's aufs Maul. Jetzt kannst du ja Snipern, Alter. Komm, Sniper. Jetzt ist es ausgesnipert, ihr da! So ein Pfoppen! Trotzdem, wir kommen da rauf! Noch so ein Wichser! Ich glaub's ja nicht! Wollt ihr mich verarschen oder was? Wie viele denn noch? Da kommen wir jetzt nicht rüber. Es ist zu weit. Ah, es geht! Es geht! Jetzt bist du so dran, jetzt bist du so dran, Alter! Ah, der Pfoppen hier doch! Nicht mit mir! Aber die Sniper ist endlich los! Das wäre echt ein Hit! Noch einer! Ey, sag mal! Spawnen die immer oder was? Ja! Da drüben! Ja, wir sollen denn da rüber kommen? Ich brauche ja einen anderen Agent, sonst geht das nicht! Aber egal! Ich muss sowieso da rauf! Ich frage es nicht! Es muss ja irgendwie ein Taxi sein! Nehmen Sie den... Nein! Das Gebäude rauf vielleicht und dann da rüber! Das könnte nicht funktionieren! Aber wie komme ich da rauf? Das Gebäude da drüben vielleicht! Und dann sicher nicht mit dem hin! Es wurde neu! Und dannya auch wieder rauf! Der Sniper ist jetzt dran. Der geht immer so am Arsch, diese Dreck-Sniper. Kleiner Huren, so ein Dreckiger, ey. Der ist so am Pistow, ey. Jetzt komm ich da nicht mehr raus, oder was, ey? Am Sack, diese Sniper, langsam, ey. Hurenkinderländigen. Ey, Mann, geh rauf da, ey. Ey, da werde ich rantig jetzt, ey. So eine Scheiße, so ein Alien, mit diesem Dreck-Sniper-Hurenkindern. Jetzt fliege ich da wieder runter, oder was? Flip gleich aus. Den Trottel hier kannst du auch nicht wirklich da rauf. Problem. So dreckiger, kleiner Bastard. Ja, warte nur. Die hau ich so die Fresse ein, da, ey. Und das Hurenkinder oben, ey. Keiner Wichser, ey. Und Sniper nicht ausstehen, ey. Ja, da. Und hier muss es irgendwo rauf gehen. Genau, da, da. So. Taxi! So, jetzt bin ich mal da oben. Schon mal gut. Jetzt müssen wir... da rüber. Heißt. Ja, da rauf irgendwie. Wenn das mal irgendwie gehen würde. Aber nicht mit dem Agent. Das geht mit dem... Vor allem, ich brauche wieder alle drei. Nicht nur einen. Einer ist zu wenig. Das geht nicht. Sinnlos einer. Zu weit weg, das geht auch nicht. Geh 100 Pro runter. Also mit dem da zumindest. Das geht's in mir aus. Nie im Leben. Ja, ich hab wieder alle drei, das geht. Korb hat in Bade mit Legion und hat mich als ein Puppet. Warum? Du willst mir Scheiße über das? Give you shit? Hell no. I just wanted to say... You ever need my help hunting down those hijos of puta? Just say the word. Thanks for that fortune. Mit dir geht's, aber mit ihm nicht. So, und jetzt müssen wir ein bisschen Radau hier machen. Ich muss da raus. Ich muss da raus. Ich muss ein bisschen randalieren hier, dass die wissen, dass ich hier bin. Ich kann dann ruhig wissen, dass der Papa da ist. Ich muss meinen Johnny Gett nehmen. Ich muss meinen Johnny Gett nehmen. Ich muss mich auf die Investitionen nennen. Ich werde mich auf die Haushalte machen. Ich kann es nicht mehr schützen. Ich kann es nicht mehr schützen. Ich kann es nicht mehr schützen. All troops müssen die Abwech einer nicht mehr schauze. ! Ich kann es nicht mehr schützt. So, wir müssen hier ein bisschen loswerden hier, weil es sind zu viele. So, und jetzt weg, 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 weg. Wir müssen das kaputt machen da vor allem. Ah, ihr boomst's. So, ist es kaputt? Ja, weitermachen. Wir müssen jetzt da hin zwar nett, aber es abkürzen, könnte man das nehmen. Oh, oh, oh. So, den Tester kaputt machen. Ist es hin? Auch hin. Auch hin. Oh, ich muss mal ein bisschen bellen. Was ist mit dem da? Das ist ein bisschen... Was will ich denn machen hier? Ecken oder was? Ich muss wieder das andere rein, wo sie schneller einfrieren. Das ist wesentlich besser. Das ist besser wie das hier. Oh, der Typ ist immer ein bisschen zu hart. Ich muss diese Antenne zerstören. Ich überlege gerade, wie. Ach so. Ja, der erste ist down. Super. Richtig geil. Bring es hin. Oder? Boah, endlich. So ein Mistding. Also muss es eigentlich seine Spezialfähigkeit, die macht schon Damage vom Get. Ich habe da nur einmal mit ihm draufgehauen. Quadranten-Scan, fertig. So, und jetzt müsst ihr auch einen Schwarzmarkt entdecken und den nehmen wir mal ein. Hat es jetzt gehopselt. So. Kann man auch was killen. Mal schauen. Hier ist was neu. Kernverbesserung haben wir einen. Ja, dann nehmen wir das auch gleich. Ich sehe es ja nicht schlecht. Verbesserungen, ja. Dann nehmen wir nochmal Gesundheitsregeneration, das ist nämlich auf jeden Fall wichtig. Das Wichtigste überhaupt, würde ich sagen. So, wir haben jetzt Kampfstärke. Was gibt es da? Bei kritischen Treffern lassen die Feinde vielleicht ein Mediket fallen. Ja, das ist relativ. Ich meine, 15% ist die Chance, wenn ich einen Crit mache. Und die Chance zum Crit ist nochmals kleiner. Also, das ist Bullshit. Das werde ich sicher nicht greien. Get, was können wir mit dir machen? Ja, und Team-Damage werden wir wieder rauf. Trinkt immer was. Du? Der hat eh nichts, ne. Ihm geht es immer nur gut. Moment einmal. Wow, der ist 12 worden. Da läuft bei ihm. So, dann suchen wir uns jetzt einen Schwarzmarkt. Einnehmen kann. Der ist direkt daneben. Die Relikt-Niederlassung werden wir jetzt erobern. So, wo ist das? Äh, da unten. So, irgendwo unter mir ist das. Da. Diesen Schwarzmarkt. Können wir reinnehmen. So, jetzt müssen wir das hier aufhalten. Das machen wir am besten mit einem Yeti. Wie geht das am besten? Deine Kompromisse da. Einführend bist du Sau. Scheiße, vom Leben kaut. Bleib stehen! Geil, so. Alter, bleibt doch mal stehen, ihr Wichser. Treff ich euch, ne? Rampeln da rum, ey. Ich muss wieder den anderen Skill nehmen, da. Ah. So. Ich muss wieder den anderen Skill nehmen. Er ist so scheiße. Das schneller Einfrieren ist einfach doch zu nützlich. Ist einfach zu nützlich. Ja, das schnelle Einfrieren ist einfach zu nützlich. Zu mächtig einfach. Jetzt muss ich nur mehr diese Legionsfähigkeit dann wieder neu machen, weil die ist jetzt natürlich im Arsch. Aber jetzt nicht. Dafür frieren sie jetzt. Ja, so kann man arbeiten. Das ist wesentlich besser. Der ist zwar jetzt down, aber das ist egal. Ich habe nur ein paar Agents hier. Boah. Wo kommst denn du her? Wow. Aber ich hab nur mehr den. Das sind die andere. Die Braddock. Ficken, wieso haben wir die Braddock nicht? Ja, das kannst du vergessen so. Braue alle drei. So kann man das schmeißen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Wisstern, lesst. Läjiang. Those. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018